Ja, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Browser-Game-Vorstellung. Heute spielen wir Good Game Empire. Ja, das Spiel habe ich selbst noch nicht gespielt, also nicht so wie bei Rail Nation, was ich euch zuletzt vorgestellt habe, sondern ich habe mich wirklich nur registriert und einmal ganz kurz eingeloggt, aber noch nichts gemacht. Also ich werde in diesem Spiel mit euch wirklich gemeinsam das Tutorial durchgehen und wir werden mal schauen, was uns Good Game Empire so alles bieten kann, weil das habe ich halt jetzt schon ein paar Mal in der TV-Werbung gesehen und da hat es mich ziemlich überzeugt und mein Interesse geweckt sozusagen und deshalb möchte ich euch das heute mal vorstellen. So, ich bin schon, ich habe schon mal gespielt, also zumindest habe ich mich schon mal eingeloggt, deswegen klicke ich jetzt mal hier auf Login. Mal gucken, ob er hier jetzt den Login-Bildschirm bringt oder was auch immer. Internet kann heute klein bisschen langsam sein. Schärfe die Schwerter, entführe Prinzessinnen. Ja, sieht gut aus. Nähe das Wappen, errichte einen Turm. Trainiere die Ritter. Besetze Raub-Ritterburgen. Treibe Steuern ein. Forste den Wald auf. Fülle das Lager. Versteckerei Relikte. Zerreiße Schatzkarten. Errichte den Bergfried. Sattel die Pferde. Spielelemente geladen. Öle die Kettenhemden. Ach, die auch noch. Ja. Sind halt alles faule Ausreden hier beim Laden. Gut. So, oh, hier gibt es sogar Musik, die wir haben. Sehr schön, das gefällt mir. Ja, und jetzt gehen wir gemeinsam das Tutorial durch hier. Wir brauchen Rohstoffe. So, um Gebäude bauen zu können, braucht ihr Holz und Stein. Errichte einen Holzfäller. So, ähm, Keturio. Ja, das Einzige, was ich das letzte Mal schon gemacht hatte, ist hier mein Wappen errichtet, sozusagen. Ich habe dunkelbraun, hellbraun und gelb. Das Wolfsfell, also das Wolfsschild sozusagen. 493 Holz habe ich, 2,1 pro Stunde, Lagerkapazität 800. So, errichte einen Holzfäller. Gut, dann muss ich jetzt hier draufklicken. Baumenü. Okay. Und dann Zivil, ich verstehe. Holzfäller produziert Holz. Plus zwei Erfahrungspunkte dauert zwei Sekunden, oder? Okay, achso, und den muss ich hier reinsetzen. Okay, dann wird ja irgendwo meine Burg voll sein. Klicke den Holzfäller an und platziere ihn in der Burg. Okay. So, schön, Fortschritt. Was sagt denn der? Bau Holzfäller Stufe 1. Ach, baut Steinbruch Stufe 1. Brauche ich auch einen. Okay, und dann gibt es die Questbelohnung hier. Gut, machen wir mal jetzt noch den Steinbruch. Wo kommt der rein, ist das egal? Oder kann ich den einfach hier daneben platzieren? Den platziere ich mal hier so daneben. Zack. Auch in zwei Sekunden fertig. Ja, Quest erfüllt. Wir brauchen Rohstoffe. Eure Betriebe beginnen jetzt damit, ununterbrochen Rohstoffe zu produzieren. Hier ist eine kleine Belohnung. 86 XP, 40 Holz und 15 Stein. Nehmen wir natürlich dankend an. Zack, Level 2. Da kommen die Pfeile reingespickt. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ein neues Erfahrungslevel erreicht. Plus 60 Rubine ist, denke ich mal, die Ingame-Währung. Die Premium-Währung, ich weiß es nicht. Neue Gebäude wurden für euch im Baumenü freigeschaltet. Die Kaserne Stufe 1 und der Turm Stufe 1. So, wir brauchen Schutz. Es wird Zeit, dass wir uns um die Verteidigung der Burg kümmern. Klickt den Turm an, mein werter Knappe. Gut, dann klicken wir den Turm an. Baut hier einen Turm aus. Klickt auf Ausbauen. Erhöht die Anzahl der Soldaten, die auf der Burgmauer Platz finden. 4 Sekunden. Verbraucht 5 Stein und 11 Holz. Haben wir locker. Und Nahrung verbraucht das sogar, oder? Habe ich gerade gesehen. Quest erfüllt. Es können nun mehr Soldaten auf eurer Mauer stehen und die Burg verteidigen. 25 XP, 45 Holz und 20 Steinerfahrungsbonus gab das. So, zack. Ein Turm. Jawohl. Neue Aufgaben sind verfügbar. Burgflächenerweiterung. Öffnet das Baumenü und wählt eine Richtung zum Erweitern aus. Ach, man kann die Burg so vergrößern. Cool. Ja, irgendwann hätte es uns keinen Sinn mehr. Gehen die hier rein? Bergfried Stufe 1. Gehen die hier rein? Einen Stein abbauen im Bergfried? Und die Holzfäller, die marschieren raus, oder was? Ne, Steinbruch. 100% Auslösung vertreiben. Achso, das müssen wir wahrscheinlich alles erweitern. Wir können nicht außerhalb bauen, oder? Wo rennt der jetzt hin? Kann man das sehen, wo der hinrennt? Ich nehme an, der rennt jetzt im Holz, oder? Wald? Mittelgroß? Wo rennt der hin? Ja, guck mal. Oh, jetzt gibt er aber Gas hier. Jetzt hat er aufgehört, Gas zu geben. Gut. Baumenü. Ach, hier kann man sagen, wohin es erweitern soll. Erweiterung kaufen. 5 Steinen, 29 Holz. Kostet das alles gleich viel? Wo gehen wir da hin? Ähm. Ich würde sagen, wir gehen hier Richtung Vogelscheich erstmal, oder? Ja. So, Erweiterung kaufen. Jawohl. Sehr gut. Jetzt haben wir ausreichend Platz. Holz, 36 Erfahrungspunkte, 45 Holz und 25 Steinen. Gut. Neue Nachricht. Oh, was kommt denn da rein? Wir brauchen Schutz. Herr, ich bin euer erster General und militärischer Berater. Meine Aufgabe ist es, für die Sicherheit dieser Burg zu sorgen. Und dafür brauche ich Soldaten, um uns zu verteidigen. General Sir Ulrich, Sir. Gut, okay. Baut eine Kaserne auf Stufe 1. Ihr findet die Kaserne im Mittelbereich des Baumenüs. Okay. Eine Kaserne brauchen wir also. Militär. Da haben wir es doch. Ach ne, Baumenü erstmal. Hier. Ah, Militär. Gut. Kaserne. Hier werden Soldaten rekrutiert. Gut, wo setzen wir die Kaserne mal hin? Ich würde sagen, setzen wir sie hier mal so davor. Boah. Zack. So, jetzt wird sie gebaut. Fertigstellen. Ach, seht ihr mal. Rubine kann man gleich was fertig machen. Sehr gut. Jetzt können wir mit der Ausbildung von Soldaten beginnen. Sir, ihr habt euch eine Belohnung verdient. 37 XP und was weiß ich. Ach, 50 Nahrung sogar. Soldaten könnt ihr in der Kaserne rekrutieren. Öffnet das Militärmenü. Ach so, die Vogelscheuchen hier haben sich mit verschoben. Ach, das bleibt doch draußen. Das verschiebt sich mit. Ah, manche gehen wahrscheinlich immer rausarbeiten. Gut, verstehe. Soldaten. Öffnet das Rekrutierungsmenü. Was ist das andere? Werkzeuge produzieren und Verteidigung. Okay, Rekrutierungsmenü. Bildet einen Sperrtrekker aus. Klickt auf den Soldaten. Zwei Nahrung kostet das und 30 was? Gold? Kostet das jetzt Gold? Zieht mir das Gold ab? Ich muss mal gucken, ich habe 100 Gold, ne? So, startet die Ausbildung. Kosten ja 30 Gold und zwei Nahrung. Ach, der verbraucht zwei Nahrung. Aber wann? Gut. Fünf Sekunden dauert es. Drei, zwei, eins. Fertig. So. Level 3 erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ein neues Erfahrungslevel erreicht. 60 Rubine gibt es wieder. Farmhausstufe 1, Wohnhausstufe 1, Verteidigungswerkstattstufe 1. Gibt es hier das neue Gebäude? Bedenkt immer, eine Armee zu haben kann sehr teuer sein. Ihr braucht Nahrung, um die Soldaten versorgen zu können. Baut ein Farmhaus der Stufe 1. Wenn euch die Nahrung ausgeht, werden die Soldaten desertieren. Produziert Nahrung im Farmhaus. Okay. Dann bauen wir mal ein Farmhaus. Das kommt mal hier daneben, neben die Kaserne einfach mal. Bluff. So, das dauert schon 10 Sekunden hier. Wird also alles etwas langsamer. Wieso schläft die? Stufe 1, Kaserne. Quest erfüllt. Achtet immer darauf, dass ihr mehr Nahrung produziert, als eure Soldatenverbrauch. Jetzt muss ich jetzt nicht übertreiben mit der Stimme hier. Gut. Haben wir wieder Belohnung bekommen. Wo kann man den Verbrauch eigentlich sehen? Kann man das hier oben? 19 Nahrungsproduktion, 2 Nahrungsverbrauch. Ah, 17 pro Stunde plus. Das sieht doch gut aus. Neue Aufgaben. Und weil du ohne Lagen an. Um weitere Soldaten anheuern zu können, braucht ihr Münzen als Bezahlung. Münzen bekommt ihr durch Steuern aus Wohnhäusern. Okay. Wohnhausstufe 1 bauen. Hauen wir die mal hier hinten hin. Zack. 12 Sekunden. Blub, 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 blub. Kann man sehen, wie viel Münzen man produziert? Ne, ne? Bestimmt, irgendwo muss man eine Übersicht haben. Ihr habt Bürger in eurer Burg. Jetzt könnt ihr damit beginnen, Steuern von ihnen zu verlangen. Ach, du Heiliger. So, Münzen. Haufenweise Münzen. Steuereintreiber. Gierpferd sagt. Um eine große Armee finanzieren zu können, braucht ihr auch das nötige Kleingeld. Und dafür gibt es Spezialisten wie mich. Ich kenne gewisse Methoden, um eure treuen Untertanen daran zu erinnern, auch brav ihre Steuern zu zahlen. Es ist doch erstaunlich, was den Leuten immer so für Ausreden einfallen. Aber merkt euch immer, wenn die Kaserne ordentlich klingelt, dann klappt es auch mit den Eroberungsplänen. Okay, gut. Steuernfenster. Öffnet das Steuernfenster mit einem Klick auf den Geldsack. Ah, Steuern eintreiben. Schickt den Steuereintreiber los, um bei eurer Bevölkerung Steuern einzutreiben. Plus sieben Ertrag. Ach so, wie lange er gehen soll. Ah, ich verstehe. Steuern eintreiben. 30 Sekunden. 30 Minuten. Okay. 30 Minuten sind das. Ich mache mich auf den Weg und kehre in 30 Minuten mit den Ereignis an die Steuern zurück. Okay, gut. Ist unterwegs, um bei eurer Bevölkerung Steuern und Steuern zu erinnern. Kehrt rechtzeitig zurück, um die maximale Menge an Münzen zu erhalten. Okay. So, ähm... Ja, das wird einem hier unten auch angezeigt. Neue Nachricht schon wieder. Der Feind von der Tür. Es heißt, dass eine Bande von Deserteuren Brandschatzen durch die Silendereien zieht und ganze Dörfer dem Erdboten gleich macht. Wir müssen dieser neuen Betrohung mit eiserner Faust entgegentreten. Genau, ist der Ulrich, sagt. Gut. Burgflächenerweiterung. Wir brauchen noch mehr Platz, um unsere Verteidigung verbessern zu können. Öffnet das Baumenü Richtungspfeile der Burgmauer. Gut. Dann werden wir nochmal erweitern. Gehen wir jetzt mal hier nach unten. Jawohl. 10 Steine, 54 Holz. Sehr gut. Jetzt haben wir ausreichend Platz. Okay. Ach, das hat jetzt... Wieso hat das jetzt so eine Form angenommen? Merkwürdig. Na gut. Neue Aufgaben. Zum Verteidigen brauchen unsere Soldaten Werkzeuge, die sie dabei unterstützen. Errichtet eine Verteidigungswerkstatt. Okay, eine Verteidigungswerkstatt also. Die gibt es auch beim Militär. Da haben wir so, Verteidigungswerkstatt. Die tun wir gleich mal hier neben die Kaserne pflügen, oder? Oder wohin denn am besten? Hier passt es denn irgendwo. Oder hier vorne? Hier so ein Eck rein. Ich setze einfach mal so hier daneben. Zack. So, 14 Sekunden dauert das jetzt. Der Feind vor der Tür. Quest erfüllt. Ausgezeichnet. Nun könnt ihr Verteidigungswerkzeuge produzieren. Gut, was für Verteidigungswerkzeuge? Neue Aufgabe. Besitzt Wurfsteine. In der Verteidigungswerkstatt könnt ihr Werkzeuge bauen, die eure Soldaten einen deutlichen Kampforteil geben. Wurfsteine könnt ihr wie zuvor die Soldaten im Rekrutierungsmenü produzieren. Dort gibt es einen eigenen Werkzeugbereich. Okay. Da, Werkzeuge produzieren. Ach. Okay. Erhöht den Burgmauerschutz. Wurfsteine. 3 Sekunden. 94 Steine. 40. Aber jetzt, ja, können wir uns mal leisten. So, müssen wir uns ja auch leisten, sonst können wir ja im Tutorial nicht weiter voranschreiten. Die Wurfsteine werden die Verteidigenden Kämpfer auf der Burgmauer erheblich verstärken. Okay. Wir sind nun bereit, unsere Verteidigung aufzustellen. Öffnet das Militärmenü. Okay. Ach, Verteidigung. So, eure Soldaten werden hier auf die drei Seiten der Burgmauer verteilt. Okay. Wählt die Wurfsteine und platziert sie auf dem Frontabschnitt. Ach so, hier, Burgmauerplatz. Gut. Es wird immer nur ein Verteidigungswerkzeug pro Slot in jeder Angriffswelle verwendet. Okay. 50 Burgmauerverteilung der Soldaten. 50%. 25, 50. Ah, okay. Eure Burg ist nun bereit, sich gegen Feinde zu verteidigen. Okay, ich verstehe. Allianz-Chat gibt es sogar. Verteidigungseinstellung übernehmen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein neues Erfahrungsleiter erreicht. Level 4, plus 60 Rubine. Was gibt es jetzt? Lagerstufe 1, Belagerungswerkstattstufe 1, Feldlagerstufe 1 und Holzfällerstufe 2.